Adam Smith – Markt und Individuum Der schottische Moralphilosoph Adam Smith gilt als Begründer der klassischen Volkswirtschaftslehre. Nach seinem philosophischen Hauptwerk Theory of Moral Sentiments arbeitete er an dem bahnbrechenden ökonomischen Werk The Wealth of Nations, welchem er heute den größten Teil seiner Bekanntheit verdankt. Dort identifiziert Smith das menschliche Streben nach wirtschaftlichem Nutzen als Quelle von Gemeinwohl. Der folgende Auszug aus diesem Werk ist der Ursprung der bekannten Wortschöpfung der unsichtbaren Hand. Der Ertrag einer jeden Erwerbstätigkeit ist der zusätzliche Wert, den ein Gegenstand oder ein Rohstoff durch sie erlangt. Je nachdem, ob nun der Wert dieses Ertrages größer oder kleiner ausfällt, ist auch der Gewinn des Unternehmers höher oder niedriger. Da aber jeder Mensch Kapital zur Unterstützung eines Erwerbstrebens nur mit Aussicht auf Gewinn einsetzt, wird er stets bestrebt sein, es zur Hilfe für solche Erwerbe anzulegen, deren Ertrag voraussichtlich den höchsten Wert haben wird oder für den er das meiste Geld oder die meisten anderen Waren bekommen kann. Nun ist aber das Volkseinkommen eines Landes immer genau so groß wie der Tauschwert des gesamten Jahresertrags oder besser? Es ist genau dasselbe, nur anders ausgedrückt. Wenn daher jeder Einzelne so viel wie nur möglich danach trachtet, sein Kapital zur Unterstützung der einheimischen Erwerbstätigkeit einzusetzen und dadurch diese so lenkt, dass ihr Ertrag den höchsten Wertzuwachs erwarten lässt, dann bemüht sich auch jeder Einzelne ganz zwangsläufig, dass das Volkseinkommen im Jahr so groß wie möglich werden wird. Tatsächlich fördert er in der Regel nicht bewusst das Allgemeinwohl, noch weiß er, wie hoch der eigene Ertrag ist. Wenn er es vorzieht, die nationale Wirtschaft anstatt die ausländische zu unterstützen, denkt er eigentlich nur an die eigene Sicherheit und wenn er dadurch die Erwerbstätigkeit so fördert, dass ihr Ertrag den höchsten Wert erzielen kann, strebt er lediglich nach eigenem Gewinn. Und er wird in diesem wie auch in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen er in keiner Weise beabsichtigt hat. Auch für das Land selbst ist es keineswegs immer das Schlechteste, dass der Einzelne ein solches Ziel nicht bewusst anstrebt. Ja, gerade dadurch, dass er das eigene Interesse verfolgt, fördert er häufig das der Gesellschaft nachhaltiger, als wenn er wirklich beabsichtigt, es zu tun. Alle, die jemals vorgaben, ihre Geschäfte dienten dem Wohl der Allgemeinheit, haben meines Wissens niemals etwas Gutes getan. Und tatsächlich ist es lediglich eine Heuchelei, die unter Kaufleuten nicht weit verbreitet ist und es genügen schon wenige Worte, um sie davon abzubringen. Der Einzelne vermag ganz offensichtlich aus seiner Kenntnis der örtlichen Verhältnisse weit besser zu beurteilen, als es irgendein Staatsmann oder Gesetzgeber für ihn tun kann, welcher Erwerbszweig im Lande für den Einsatz seines Kapitals geeignet ist und welcher einen Ertrag abwirft, der den höchsten Wertzuwachs verspricht. Ein Staatsmann, der es versuchen sollte, Privatleuten vorzuschreiben, auf welche Weise sie ihr Kapital investieren sollten, würde sich damit nicht nur, höchst unnötig, eine Last aufbürden, sondern sich auch gleichzeitig eine Autorität anmaßen, die man nicht einmal einem Staatsrat oder Senat, geschweige denn einer einzelnen Person, getrost anvertrauen könnte. Eine Autorität, die nirgends so gefährlich wäre wie in der Hand eines Mannes, der, dumm und dünkelhaft genug, sich auch noch für fähig hielte, sie ausüben zu können. Wird dem Erzeugnis irgendeines Handwerks oder Gewerbes auf dem einheimischen Markt eine Monopolstellung eingeräumt, so heißt das letzten Endes nichts anderes, als Privatleuten vorzuschreiben, auf welche Weise sie ihr Kapital eigentlich investieren sollten. Ein Eingriff, der in den meisten Fällen nutzlos, ja obendrein noch schädlich ist. Können nämlich die einheimischen Produkte genauso billig auf dem Markt angeboten werden wie die ausländischen, so hat die Maßnahme ganz offenkundig keinen Sinn. Ist das nicht der Fall, muss sie in der Regel schädlich sein. Ein Familienvater, der weitsichtig handelt, folgt dem Grundsatz, niemals selbst etwas herzustellen versuchen, was er sonst wo billiger kaufen kann. So sucht der Schneider, seine Schuhe nicht selbst zu machen, er kauft sie vielmehr vom Schuhmacher. Dieser wiederum wird nicht eigenhändig seine Kleider nähen, sondern lässt sie vom Schneider anfertigen. Auch der Bauer versucht sich weder an dem einen noch an dem anderen. Er kauft beides jeweils vom Handwerker. Alle finden, dass es im eigenen Interesse liegt, ihren Erwerb uneingeschränkt auf das Gebiet zu verlegen, auf dem sie ihren Nachbarn überlegen sind, und den übrigen Bedarf mit einem Teil ihres Erzeugnisses oder, was dasselbe ist, mit dem Erlös daraus zu kaufen. Was aber für das Verhalten einer einzelnen Familie vernünftig ist, kann für das eines mächtigen Königreichs kaum töricht sein. Kann uns also ein anderes Land eine Ware liefern, die wir selbst nicht billiger herzustellen imstande sind, dann ist es für uns einfach vorteilhafter, sie mit einem Teil unserer Erzeugnisse zu kaufen, die wir wiederum günstiger als das Ausland herstellen können. Die Erwerbstätigkeit im ganzen Lande wird mithin genauso wenig zurückgehen wie in unserem Beispiel mit den Handwerkern. Denn sie steht ja in einem festen Verhältnis zum eingesetzten Kapital und nur seine vorteilhafteste Anlage unterliegt einer freien Wahl. Doch tritt mit Sicherheit dieser Vorteil dann nicht ein, wenn Kapital in die Produktion von Waren gelenkt wird, den man anderswo billiger kaufen kann, als wenn man sie selbst erzeugt. Eine Verlagerung der Produktion auf Waren, deren Wert augenscheinlich geringer ist als der andere, muss ganz zwangsläufig zu einem mehr oder weniger starken Rückgang des Sozialprodukts im Jahr führen. Wobei wir annehmen, dass man die Ware im Ausland billiger einkaufen könnte, als sie zu Hause selbst herzustellen. Hätte man also der Erwerbstätigkeit freien Lauf gelassen, hätte man die Ware bei gleich hohem Kapitaleinsatz im Inland mit weniger einheimischen Produkten oder, was dasselbe ist, schon mit einem Teil ihrer Erlöse im Ausland kaufen können. Mithin lenkt jede staatliche Regulierung die Erwerbstätigkeit eines Landes von ertragreichen Wirtschaftszweigen in weniger ertragreiche, was dann letztlich nicht zu dem vom Gesetzgeber beabsichtigten Anstieg, sondern zu einem Rückgang im Tauschwert des jährlichen Ertrags führt. Freilich mag mit Hilfe einer solchen Steuerung der eine oder andere Erwerbszweig rasch eingerichtet und aufgebaut sein, als es sonst der Fall gewesen wäre, sodass dann die einheimischen Waren nach einer gewissen Zeit genauso billig, ja, noch billiger als im Ausland hergestellt werden könnten. Und dennoch wird hierdurch das Sozialprodukt oder das Volkseinkommen niemals gesteigert werden können, obgleich die Erwerbstätigkeit im Lande früher, als es vielleicht sonst geschehen wäre, durchaus mit Erfolg in eine bestimmte Richtung gelenkt worden ist. Der Grund hierfür ist leicht einzusehen. Die Erwerbstätigkeit in einem Lande kann nur in dem Umfang zunehmen, in dem seine Kapitalausstattung größer wird und die Zunahme wiederum hängt davon ab, wie viel die Bürger aus ihrem Einkommen nach und nach sparen können. Indes ist die unmittelbare Folge eines solchen Eingriffs, dass das Volkseinkommen zurückgeht. Und alles, was dieses Einkommen mindert, wird ganz gewiss nicht zu dem schnellen Wachstum in der Kapitalausrüstung beitragen, wie es eingetreten wäre, wenn beide, nämlich Kapitalbildung und Erwerbstätigkeit, ihrer natürlichen Entwicklung überlassen worden wären. So wird in jeder Wirtschaftsordnung, in der durch besondere Förderung mehr volkswirtschaftliches Kapital in einzelne Erwerbszweige gelenkt werden soll, als von selbst dorthin fließen würde oder durch außerordentliche Beschränkung Teile des Kapitals von Branchen ferngehalten werden, in denen sie sonst investiert worden wären, in Wirklichkeit das Hauptziel unterlaufen, das man zu fördern vermeint. So verzögert den Fortschritt des Landes zu Wohlstand und Größe, anstatt ihn zu beschleunigen, und sie verringert den wirklichen Wert des Jahresprodukts aus Boden und Arbeit, statt ihn zu vergrößern. Gibt man daher alle Systeme der Begünstigung und Beschränkung auf, so stellt man sich von ganz selbst das einsichtige und einfache System der natürlichen Freiheit her. Solange der Einzelne nicht die Gesetze verletzt, lässt man ihm völlige Freiheit, damit er das eigene Interesse auf seine Weise verfolgen kann und seinen Erwerbsfleiß und sein Kapital im Wettbewerb mit jedem anderen oder einem anderen Stand entwickeln oder einsetzen kann. Der Herrscher wird dadurch vollständig von einer Pflicht entbunden, bei deren Ausübung er stets unzähligen Täuschungen ausgesetzt sein muss und zu deren Erfüllung keine menschliche Weisheit oder Erkenntnis jemals ausreichen könnte, nämlich der Pflicht oder Aufgabe, den Erwerb privater Leute zu überwachen und ihnen Wirtschaftszweige zu lenken, die für das Land am nützlichsten sind. Im System der natürlichen Freiheit hat der Souverän lediglich drei Aufgaben zu erfüllen, die sicherlich von höchster Wichtigkeit sind, aber einfach und dem normalen Verstand zugänglich. Erstens die Pflicht, das Land gegen Gewalttätigkeit und Angriff anderer unabhängiger Staaten zu schützen. Zweitens die Aufgabe, jedes Mitglied der Gesellschaft so weit wie möglich vor Ungerechtigkeit oder Unterdrückung durch einen Mitbürger in Schutz zu nehmen oder ein zuverlässiges Justizwesen einzurichten. Und drittens die Pflicht, bestimmte öffentliche Anstalten und Einrichtungen zu gründen und zu unterhalten, die ein einzelner oder eine kleine Gruppe aus eigenem Interesse nicht betreiben kann, weil der Gewinn ihre Kosten niemals decken könnte, obwohl er häufig höher sein mag als die Kosten für das ganze Gemeinwesen.